so guten morgen und schönen wochenteiler heute hatte mich auf die idee gebracht das habe ich tatsächlich total verballert dass in der nacht andere viecher unterwegs sind als am tage und die gute andy hatte geschrieben ich soll wieder über die brücke latschen wo war denn die brücke und dann links und genau das machen wir heute nämlich doch noch neue slimes das war hier und dann müssen wir durch unser tor das versuche ich jetzt irgendwie in der nacht hinzukriegen war das hier durch oder ja auch nicht oder wenn man jedes stück zurück das ist der indigo steinbruch die rutsche runter 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 rutschen und dann nach links da ist die ganze brücken geschichte da will ich hin 1 immer noch die falsche auch ollie ewig lange brücke mit links rechts wo wir das tor freigeschaltet haben schon mal eine ausdauer wieder weg wo war denn das die brücke ist das nicht jetzt nach hause also schon mal falsch und ja heute danke ob das hier oder ist das das muss man natürlich wissen was wo ist eine sache für sich gehen jetzt mal hier rein ich war das ja durch den indigo steinbruch immer ein bisschen beruhigen die schon halbe ewigkeit offen nein ja ja blöpp hui hoppa da hoch guck mal da ist eine tür die ist auf jeden fall von uns geöffnet so guck 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 nein mit euch hatten wir es doch schon ah ja so ist das okay ich nehme jetzt die anderen gänge hier waren wir schon ich tausend mal leider ist die nacht vorbei durch die höhle ich glaube das ist der richtige weg das muss durch dann hier rum ich glaube jetzt habe ich es äh okay warte mal hier kleine vernichtungsmaschine doch der falsche gang hm 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 und dann müssen wir auch äh mal maschinen bauen und kaufen die noch geld haben wir jetzt aber eigentlich will ich diesen weg da jetzt endlich mal angucken jetzt hier wieder zurück wetten äh nö aber hier waren wir schon ja ja wo war denn das jetzt karte gut und schön aber doch dort sind wir denn jetzt hier aha hallo ihr hübschen was ist wieder voll hier waren wir jetzt auch schon 50.000 mal hübschen wicke nehme ich wie immer mit wieder falsch wo man der ein oder andere wird jetzt den monitor anschreien die anderen lachen sich kaputt ja ach gott hier sind wir wieder wird alles mit des meins und kristallus wie dann geschenkt neues ornament und zwar hier hoch aber hier war glaube ich der dicke damals eine höhere entwickelte guck mal neues leime gemüse ja war ja fast so wie geplant aber die hat sich einfach übrig ornament ne tschuldigung was ganz neues das ist weiß ich nicht schmecken aber muss man auf dem rosa haben wir schon genug löps aber schlüssel die jahre ich bloß in ruhe hallo wie macht man denn mit dir nahrung fleisch die kann ich füttern als klar will mit öl so unerfolgreich war das jetzt doch nicht vor dem haben wir extra woche die sachen unbedingt nach hause ob es was wieder, dann sollten wir es schaffen die Röhre noch mal runter zu rutschen und dann nach links. Die Teleportationswege habe ich schon mal gefunden. Ich glaube wir müssen uns unbedingt eigene Teleporter bauen. Kann man ja. Eieiei, morgen echt üben will Husten. Na komm. Ach der ging auch da rein? Okay. Bestimmt kann ich den Schlüssel dann auch da benutzen. Wo kamen wir aber da hin? Ey, wisst du wo wir hinwollen? Sind das Gordos die da angezeigt werden? Die dicken? Die Brücken kriege ich leider auch nicht zu sehen. Wir gehen jetzt erstmal hier. Ich glaube das könnten die Brücken sein. Mal schauen. Ja laufen und das gleichzeitig geht nicht so einfach. Das ist nur eine einfache Brücke. Ich will diese ganz vielen Brücken. Wisst ihr noch? Ja klar wisst ihr. Ich meine ich habe extra ein Video nachgeschaut. Ja, ein bisschen Wegnahrung. Wegzehrung. Das ist nicht die Brücke die ich suche. Geh weg. Gott, nur den Gockel. Ich ächte nicht den Indigo Steinbruch. So wie das Ding hier ist. Schauen wir mal. Hm. Weiß nicht. Jetzt keine Brücke. Nichts. Da sind sie doch, oder? Oh, endlich. Was soll ich hier? Quatsch werden. Na genau. Hier gehts lang. Doch nicht so eine Katastrophe. So. Durch die Brücke? Und ja genau. Nach links soll ich jetzt. Ach, hier ist das Gebiet. Deswegen waren wir beim letzten Mal so zackig da durch. Neue Frucht. Geh weg Bogo. In's Mango. In's Mango. Gockel sind immer gut. Ja. Oh, voll hübsch hier. Gockel sind immer gut. Ja. Schon wieder. Ich muss mal neue Ornamente einfallen. Ich muss mal neue Ornamente einfallen. Oh, voll hübsch hier. Stripboden. Stripboden? Ne, ganz normal. Doppelstripboden. Floing. Schatzkiste. Ein höher entwickelter Schatz. Okay. Ach so, hier. Die dürfte fressen. Was seid ihr denn für welche? Knall. Lango. Aua. Aua, aua, aua. Hallo ihr Hübschen. Kommt mit mir mit. Ja. Hallo Kleines. Wer macht hier Kollover? Kein Kokolores mit mir. Hör auf. Ui, orange Schleimlampe. Guckt ja auch heiß aus, ne? Au, ab du. Reicht's mir. So, wieder der gleiche. Minzmango kommt mit. Juhu. Doch noch ein Erfolg. Ich werde jetzt aber gerne noch den Schlüsselfeuer loswerden. Sprich ein Tor aufschließen. Ganz ehrlich, das wäre wundervoll. Geplört. Nicht geplört. Geplört. Nicht geplört. Wieder simple Hühner. Ach, hier gibt's ein Teleport. Ach, ja cool. Ja gut. Dann machen wir das doch. Flaps. Dann können wir uns doch direkt hier noch ein Dinges holen. Ja. Und, äh, im Chemielabor da noch was besorgen. Das sind aber die falschen, ne? Ja. Die habe ich noch nicht in großen Mengen gezüchtet. Sehr gut. Die Mango muss ich auch noch, ähm, anpflanzen. Mal direkt mal in den Garten gehen. Nun erstmal hier rüber. Vermehret euch. So. Und, wir nehmen den Baum bei uns ein. Ja, ja. So. Kaoka eben mitnehmen. Zupf. Ja, machen wir bei uns eins. Der Felder platt. Und, da setzen wir dann Minzmango. Weil, ich wette mit euch, der, der kleine Schorsch hier will die haben. Unser neuer Slime. Und, da setzen wir dann Minzmango. Den Rest Oka da hoch. Ne, das sind Früchte. Sumpf. Da kommt Oka, Oka. So. Und nü. Und nü. Räumen wir die Felder ab. Und das eine wird jetzt zu Minzmango. Plöp. Äh, Anbaufläche bewuchs entfernen. Und jetzt pfeibe ich da die Minzmango rein. Richtig? Jawoll. Boah, mega cool. Plöp. Na komm. So, für die, die sich jetzt fragen, wo die hier hin sind. Ich kann es euch nicht sagen. Die waren einfach verschwindibust. Einfach weg. Keine Ahnung, wo die hin sind. Und wir wollen garantiert Minzmango. Sag ich doch. Wollt ich gar nicht mal in die Slimologie gucken. Sehr schön. Die sind nämlich wichtig. Damit können wir uns neue machen. Ja, aber nicht mit euch. Wisst ihr was? Wir haben doch unten die Kristallos. Die wollten wir doch eh impfen. Die impfen wir jetzt damit. Sauf hier. Hier. Bums. Frucht und Gemüse. Perfekt. Die mögen nämlich die hier. Und das ist direkt die Lieblingsnahrung. Ich muss mich erstmal um die Früchte nicht kümmern. Mal auf. Zack. 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 So. Und. Komm gleich ins Labor. Haben wir schon die ersten Honigs. Dann auch mit ins Labor. Wups. Durchs Labor ging es auch hier rüber. Dann schauen wir uns noch ganz kurz an. Das war noch ein paar Geräte zusammenbauen. Wir haben Farmomaten. Das ist gut. Dann habt ihr hoffentlich einen tollen Mittwoch. Und wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Uff. Als die Folge jetzt nicht total versammelt ist. Kommt die auch raus. Wups. Jo. So ein bisschen was da rein geknallt. Äh. Wir sollten aber erstmal gucken, dass wir hier was Neues lernen. Neulings Bienenhaus. Grauer Teleporter. Ein Set von zwei Teleportern, die dazu verwendet werden kann, eine ganz eigene Verbindung zu schnellen Transporten einzurichten. Ist ja cool. Ressourcen zwischen zwei Orten zu transferieren. Aha. Boah, die sind aber auch ganz schön teuer. Egal. Kaufen wir mal. Kaufen jetzt einfach alles. Fortgeschrittener Bohrer. Und Teleporter. Was kann der? Achso. Ist einfach nur eine Farbe. So. Was dürfen wir denn jetzt bauen? Machen wir zwei Mal. Fortgeschrittener Bohrer. Neulingspumpe. Gibt es keine bessere Pumpe? Ne. Gut. Ach, kann ich gar nicht bauen. Was fehlt mir denn? Doch. Ach, das ist was ich im Besitz habe. Alles klar. Okay. Was fehlt denn? Ah, Honigblört. So, die sind ja in der Arbeit, ne? So. Dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Äh, ich mache hier wieder Unordnung. So. Das reicht. Den Rest kann ich wieder verkaufen. Ah, da ist dann. So. Also bis dann. Ciao, ciao. Cps sind alle osób in den Hilikshitzernos. So...